Zauberhafte Geschichten zur guten Nacht Fahrradtour mit Picknick Klingeling, läutet Ella fröhlich ihre Fahrradklingel. Sie und Carlos machen eine kleine Fahrradtour. Mama hat ihn in einen großen Picknickkorb voller Leckereien eingepackt. Aber erst mal hat Carlos gesagt, müssen Sie ein Stück fahren, bevor Sie Rast machen. Wir radeln bis zur kleinen Quelle, okay? ruft Carlos. Ella nickt und tritt in die Pedale. Sie müssen einen Berg hochfahren. Puh, der ist ganz schön steil und zieht sich. Jippie, ruft Carlos, er hat die Bergkuppe erreicht. Jetzt streckt er die Beine aus und lässt sich bergab rollen. Juhu, ruft Ella und macht es ihm nach. Der Wind weht ihr um die Nase. Hui. Dann bremst Carlos ab. Hier ist er, sagt er. Die Quelle sprudelt aus einem Felsen hervor. Das Wasser sammelt sich in einem kleinen Becken und fließt muntern einem Flüsschen durch die Wiese. Ella hat die Decke ausgebreitet und stellt den großen Korb darauf. Picknick, ruft sie und öffnet den Korb. Mama hat Butterbrote, eine Flasche Limonade, Kekse, Salzbrezeln, geschnittene Äpfel, Paprikamöhren und für jeden einen Schokoriegel eingepackt. Hungrig stürzen sich Ello, Ella und Carlos auf die Leckerbissen. Wir haben Besuch, sagt Carlos plötzlich und deutet auf eine Ameise. Aber mit einem Mal sind da auch noch ihre Freunde. Ich glaube, die wollen mitessen, sagt Ella. Denn schon haben die Ameisen begonnen, die heruntergefallenen Krümel huckepack zu nehmen. In einer langen Reihe transportieren sie ihre Schätze ab. Ich mache Ameisenfutter, sagt Carlos und zerkrümelt eine Salzbrezel. Hihi, kichert Ella. Guten Appetit, Ameisen. So ein tolles Picknick. Da war wirklich für jeden etwas dabei.